jo leute was geht ab und willkommen zu einer neuen folge von ARK mit dem RAFO jo tach leute und wir sind heute wieder auf der schönen kleinen schlucht auf der schönen schlucht ok nice scheiß und ich habe 30 fps ich brauche heute schau wieder mal meine options rein wie viel uhr haben wir denn mit es gleich tag 4 8 5 48 ja es wird gleich tag war in dieser frage wollen wir schöne dinos zählen ja und jetzt habe ich meine fps ja gut ich weiß nicht was weißt du nicht was wir jetzt machen sollen was erstmal erstens die frage was für ein dino sollen wir zählen trike trike und wundert euch nicht meine warum meine steinste repariert ist und so da hängt zwei trikes fest also trike ok nice mein steinsteuer ist repariert und ich habe 27 steine die aufnahme davor wir haben einen aufnahmeversuch gehabt und der ist in die hose gegangen weil einfach alles bei mir von ARK am Arsch war die ganze HOD hat gefehlt ich konnte nicht mehr schlagen und dann musste ich erstmal unter options wieder alles regeln und so und einmal 20 minuten hinüber ja da hängt zwei trikes fest das ist nie drei trikes das ist ja ich dehydriere alter ich habe mich jetzt auch nicht mehr äh das sind lauter mädchen nee das sind nur zwei trikes vier trikes machen alle drei oder drei stück schaffen wir das die hänge alle fest ja aus einem holen wir fleisch raus ja natürlich die hängen doch nicht fest hast du ihn angegriffen nö der eine hängt fest der level das ist jetzt also das ja wenn wir den angreifen würden nämlich das ist zu 100 prozent unser urteil die machen uns fertig naja warte mal wir müssten die irgendwo rein locken zwischen die bäume wenn ich den jetzt abknall könnte ich es versuchen ich probiere es mal ok oh shit rennt ja es sollte klappen ja oder ne der Enten ist ein blauer strahl ja blau nur der zweite darf nicht kommen der zweite schießt du ihn ab schießt doch ihn ab dass er mal auf dich geht sonst habe ich ein problem wenn meine ausdauer ausgeht der geht jetzt wieder nicht auf dich gell ich habe ihn getroffen zweites mal er hängt fest nee ah renn ich fülle meine ausdauer auf und dann schieße ich ihn wieder ab das problem ist meine steinschleiter gleich kaputt ist ja kannst du reparieren ja ich habe keinen halt nice nicer scheiß so jetzt brauchen wir unbedingt bären und so der ist level 4 das dürfte schnell gehen ähm ich nehme mal die die hälfte raus und mache narkotik raus ok ja so nice wir haben hier schön fetten trike rumliegen das haben wir doch schön gemacht oder ähm ab wann ist blauer strahl ab wann ist was blauer strahl ich glaube der wird 25 oh da wäre nämlich einer ganz in der nähe das ist nice hier spawnen immer so schön und so ja das ist schön ähm so narkotik ähm mach mal drugs ähm mach mal drogen und dann mach mal dafür mal dürfte sich ja wir haben jetzt sieben narkotiks sollte reichen oder keine ahnung ich habe das noch nie ausprobiert mit denen ich auch nicht ähm die restlichen narkotikse bearings nehmen wir mal mit ja die folge schon die ist produktiv das sehe ich jetzt schon auch wenn das gras hier rumfliegt sollen wir noch einen zweiten holen hey ja das ist voll das hacker gras wollte ich nur mal so sagen ähm es gibt nur ein problem ich klatsche da mal alle bären rein wo ich so hab wir haben keine bären oder ich hab genug so jetzt haben wir narkotikse mit dem dürfte es relativ schneller gehen ich mach mal eins so aber gib sie mir nicht ich glaub das bringt relativ viel ist sie überhaupt grad gar nix ja das hat das war zu viel was du ihm gegeben hast wir müssen warten bis es weiter unten ist ja ja ähm hol mal gleich den zweiten holen ja aber ich hab nur noch einen schuss frei ich hab auch keine steine mehr also ich hab nur noch einen schuss echt ja ich hab keine heid ich kann nicht reparieren wir sollten dann ähm geh mal ins wasser und kill ein paar fische oder so die geben auch heid nein die geben ja keine heid das ist ja das doch oder das ist keine ahnung musst mal schauen ja haben fisch ich weiß jetzt auch nicht wie man das jetzt machen mit dem ähm nämlich der trike dürfte normalerweise relativ lange dauern aber ich weiß nicht weil wir das ein bisschen auf mal zwei geschalten haben und so ja ja sollte mal schauen wissen wir nicht so mit was kriegt man heid mit axt oder mit axt dürfte es ja ich hab ein Rameet bekommen ich schaue mich mal hier um und vielleicht kriege ich irgendwie zu weit her vielleicht sehe ich auch ein Raptor und stirb ah Piranha alter wir müssen Level 25 sein dass wir da ähm überhaupt ran können ähm ich mach mal jetzt da man hier dazu wenn mir das ist glaube ich relativ ja bin Level 8 jetzt wenn ich bin ich eigentlich was sieben gleich bin ich auch Level ab m wir müssen nur aufpassen dass der diese Piranhas ne die sind so aggressiv ja gut den habe ich nice so komm schon ich such mal ein paar Bären ich hab 5 Fleisch bekommen ja das ist schön und gut aber wir brauchen was besonderes ah Fleisch ist sehr gut alter Digga alter Digga das ist ein Scheiß Kegel komm schon hey wo ist eigentlich der Affe den wo wir in der letzten Folge den Level ab der Affe dürfte doch hier irgendwo noch gammeln oder nochmal für ein Fleisch ach ne der Affe dürfte hier noch irgendwo gammeln der kleine oder der große der große ja als sollte eigentlich ne da habe ich keinen Bock alleine rein zu gehen da kommt sicher ein Raptor komm schon stirb Dodo ja nice mit der Spitzhack oder mit der Axt ich hab keine Ahnung mit der Axt habe ich bis jetzt nur Fleisch bekommen aus den Scheiß Fischen aber weiß natürlich nicht ich mach's mal mit der Spitzhack du du Einheit, Dreiheit nice nice ich hab ultra viel Fleisch das werde ich direkt mal braten äh wo ist unsere Base da oben nice da oben fliegt ein Drache rum Mini Dragon ja das geht eigentlich jetzt relativ schnell mit dem zum Glück haben wir das hochgeschalten der dürfte normalerweise 4 Stunden gehen oder sowas keine Ahnung das ist nämlich nicht so schön und wir haben jetzt eh Glück gehabt dass wir nur Level 4er und Level 2er sind ja ja ähm ich, ich Glück warst du grad eben bei dem? hast du nachgeschaut? ja aber ich hab nix reingemacht nämlich ja gut so jetzt mach ich mal Stamina ja hab ich auch gemacht ähm da hast du ähm du kriegst ne Heid Heid, Heid, Heid dann kriegst du nochmal ne Heid der wird zum nochmal reparieren jo so wie sie es aus jetzt könnte ich meine ähm nochmal reparieren Repair zack so ähm wir müssen jetzt auch ein bis halt der Track fertig ist aufnehmen denn sonst kann es sein dass der der nächsten Folge einfach wegrennt hehehe hehehe wenn wir das Server läuft ja der wird gestoppt eigentlich von uns aber ist das Spiel läuft weiter das ist das ja und braucht ne halbe Stunde bis das ja überhaupt an ist aber das geht jetzt relativ schnell eigentlich ja ja da bin ich glücklich ähm ich brauch da ein paar Bären Ähm, wir zeigen uns gleich den zweiten, oder? Ja, ja, können wir machen. Okay. Ähm, ich friss mich nochmal voll. So, hier nochmal ganz einmal nochmal schnell krabbeln. Was frisst du eigentlich gerade? Ähm, Bären. Ah, oben habe ich Fleisch reingemacht. 16 Stück, ja. Hau rein, bevor es vergammelt. Ja, gut. Ja, gut, habe ich gesagt, dass ich Fleisch brauche. Ja, gut, das habe ich. Ja, weißt du, wir sind so Menschen, die brauchen viel Fleisch und so. Ah, Fleisch schmeckt gut, so, weißt du. So, einmal rüberjumpen übers Feuer. Ich habe dem jetzt mal ein Narkotik gegeben. Mal schauen, ob du willst, wohin das geht. Weißt du, was ich unrealistisch finde? Hm? Man kann aufs Feuer jumpen und verletzte. Das macht gar nicht so viel aus. Was? Narkotik. Wie viel Narkosebären braucht man dafür? Ja, das geht nicht kaputt. Ja, wie viel Narkosebären braucht man für so eine Narkotik? Ähm, kann ich auch nachschauen. Ähm, das braucht... Ähm, Drugs. Es braucht fünf Narkoseberries und eins Boiled Meat. Okay. Ähm, ich glaube, ich befreie den Dreihorn, gell? Ja, warte, ich komme jetzt auch gleich. So. Hallo, mein Freund. Ah, scheiße, ich weiß nicht. Kann ich den befreien, ohne ihn zu verletzen? Ah? Shit. Shit, 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 shit. I coming. Was machst du? Der, der ist... Hä? Der hat mich gehauen, Alter. Der da. Ja, der da. Achtung, sein Freund. Lass lieber seinen Freund nehmen. Ja, der ist nämlich... bisschen cooler drauf. So, komm her, mein Freund. Wow. Alter, sein Kollege, ne? Okay, locken wir ihn zum anderen. Ich kann nicht... Hä, ich kann nicht... Oh, doch. Es wackelt einfach zu viel. Okay, zurück. So, hier wäre schon nice. Ja, nice. Ist schon down. So ist schön. So ist schön. Dann hauen wir da auch noch gleich mal rein. Und den anderen versuchen mal zu schlachten, okay? Ja, für ein bisschen Fleisch, Heid und so. So, ich nehme mal hier die Hälfte rüber. Ja, mach das. Alter, einfach zwei Trikes auf einmal. Wir müssen nur aufpassen, dass der Pflanzenfresser gleich an uns nicht in den Weg kommt. Oh, wenn er jetzt in T-Rex kommt, ey, ich werde so ausraschen. Ich sammle mal ein paar Narkosebären. Jetzt kommt der andere noch dran. Der dürfte easy gehen, glaube ich. Ja, dann kriegst du auch allein, oder? Ja, ja, easy. Alle guten Dinge sind halt drei. Ja, drei Trikes einfach mal so easy weggehauen. Aber wann bekommt man einen Sattel? Ab Level 20, ne? Ja, ab Level 20. Ach du Scheiße, wie weit fetzt der dich weg? Ja, das... Ist abnormal, diese Tiere. Der hat mich heute auch schon zweimal erwischt. Weißt du, der mag uns nicht so. Der mag uns nicht so. Ist schon down. Einfach down. Ein, Spitzhacke, oder? Ja, mach mal mit Spitzhacke. Jetzt muss ich ihn erstmal totschlagen, damit er es jetzt erst noch betäubt. Jetzt muss ich ihn erstmal totschlagen. Oh, nee, es wird grad neblig. Hm, das ist nicht so toll. So, jetzt ist er tot. Jetzt hol ich mir das Heid und das alles. Das ist sehr schön. Also die Magi-Berries, die fressen sie ja am liebsten. Also, ja, die blauen, lilanen oder sowas. Ja, die lilanen. Ich hab jetzt zwölf Heid. Das ist sehr schön. Und ein paar Narkose-Berries und so noch. Ähm. Ja, nice. Ich find grad keine Narkose-Berren. Der eine ist schon fast fertig. Das ist nice. Aber auch die Folge ist gleich fertig. Fertig. Fertig mit den Nerven. Das braucht man hier gar nicht mal so richtig im Speed versetzen. Weil im T-Rex könnte schlimm werden. Ja. Das dauert dann einfach mal drei Jahre. Kann gut sein, dass wir da sechs Folgen oder zehn Folgen dranhängen. Wer weiß. Und vielleicht mit einem Befehl. Ja, gut. Slash-Cheat. Admin-Cheat und so. Gibt's ja alles auf der Ark Survival-Wulf-Seite. Das ist sehr nett von denen. Ähm. Holen wir uns den einen noch. Der ist ganz gut. Der ist nur Level 9. Wer? Killen einfach. Wer für Heid und so. Der da. Ja, kann man machen. Aber ich brauch noch ein paar Steine. Und so wird es ja nix mehr. Ich hab 16 Steine noch. Ich hab 13. Aber es dürfte reichen, glaube ich, für das Vieh. Alter, für ein T-Rex. Denk mal. Wie viel Steinschleuder wir da brauchen. Ja, komm. Geh mal rauf, oder? Nein, nein, nein. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir in der nächsten Folge. Also, wenn's vorderen, dass der Pussy wieder hat. Und da also haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschüss.